Hallo und herzlich willkommen wieder zurück hier beim WWE 2K7, dem Turnier mit Co-op Deluxe. Oh yeah. Hallöchen. Und mir den Crazy Feek. Richtig. Ja. So. Oh. Zerstören, zerfleischen, zerreißen. Viereck. Achso, Viereck. Viereck. Gott, Viereck. Viereck. Oh, den hab ich doch. Ja, den hab ich doch. Den hab ich nicht. Hä, den hab ich doch, aber der war doch schon. Oh, ich hab einen. Ich hab einen. Ich nicht. Ist der schon raus? Was ist denn hier los? Warum ist denn der? Das gibt's doch gar nicht. Den hab ich doch schon gewonnen, Mensch. Warum ist der da noch drin? Sicher? Ja. Warte mal, ist denn jetzt hier, ähm, Vervano und Roman Reigns drin? Hab ich den hier gemacht? Ja, äh, hab ich den? Nee. Weiß ich nicht. Den hab ich definitiv auch nicht. Äh, Roman Reigns hab ich gewonnen gehabt. Ja, ich weiß, aber da steht bei mir noch in der Liste drin. Achso. Das macht ja nichts. Das ist nicht gerade auch Titus O'Neil. Was? Titus O'Neil ist deiner, glaub ich. Oder? Ja. Den hab ich nicht. Den Titus O'Neil. Nee, den hat gar keiner. Doch, Titus O'Neil hat doch noch ein Ding. Ach, jetzt weiß ich auch warum. Ich hab das jetzt die ganze Zeit falsch gemacht. Verdammt. Ähm. Ja, los. Guck. Ja. Wollen die Zuschauer nicht langweilen. Ja. Ja. Mein ja nur. Hab ich den jetzt? Ich muss das noch bearbeiten später. Äh, nee, den hab ich. Hab ich den? Nee, den hab ich gar nicht. Entschuldigung. Ja, weiter geht's. Den hab ich definitiv nicht. Den hab ich definitiv auch nicht. Ich hab schon einen. Ich hab schon einen. Ich hab schon einen. What the hell? Erstmal musst du nicht gucken, dreimal, ob ich den überhaupt hab. Aber ich hab hier halt weniger wie die alte. Das ist ja krass. Was denn? Wer denn? Das wirst du gleich sehen. Wer denn, Blödmann? Okay, den hab ich. Oh. Nee, bei mir hat der neue, mhm, mhm, weniger wie der alte. Das ist merkwürdig. Okay, meine lieben Freunde, da würd ich sagen, 3, 2, 1, drücken. Chris Jericho! Oh, yeah. Da hat mir nicht der aktuelle nur 87. Ja, der war früher, ähm, ähm. Der war früher, äh, äh. Besser, so was. Bin ich jetzt hier der Muskelprotz von euch allen, oder was? Naja, teilt das ja nie. Ich bin der Große. Du bist so riesig. Und, aber der hat 92, glaub ich, ne? Crazy, den du hast? Ja. Und der alte hat, wie viel? 87, gut, dass du zugehört hast. So, ja, ich hätte ja sein können, dass du den alten jetzt hast. Aber das ist der neue, oder was? Das ist... Alter, das ist der alte. Ich verwirre dich dann nur, Mann. Deswegen, guck. Ich hab bis abgelenkt, da kriegt er direkt einen auf die Nase. Ich bin aber nicht ich. Ich weiß. Das bin ich. Ja, deswegen, ich mach das gleich wieder gut. Ja, was denn los, Junge? Wo brennst denn? Alter! Direkt gekomboot, aber gegen euch wird's schwierig, da. Gekomboot? Gekomboot. Aber ich will mich rausrollen. Darf ich nicht. Hä? Gehst du jetzt mal weg von mir? Was? Ja, na klar. Ja, na klar. Er haut gleich beide um. Ach, Doppelteam hätten wir jetzt machen können. Schade, ich hab das Speck gedrückt. Entschuldigung. Ja, super. Und von hinten tue ich dir weh. Und er schmeißt mich durch die Gegend. Ich hab dich immer noch voll aus. Uah. Ey, komm wieder rein. Ja, hat er dir gesagt. Ist ja die schön hier. Oh, da kommt Onkel Dunkel. Alter, was? Rollt er sich jetzt schon raus, ey? Ja, sicher. Die sind ja auch fertig mit der Welt. Ja, aber die ist rausgerollt. Das ist echt nervig. Ende hin okay, aber am Anfang. Das meinst du doch. Immer auf die Fresse. Da klebt er an der Kette. Boah, ich zerleg euch beiden irgendwie, hä? Boah. Boah, der macht ja gleich einen Pin. Macht der gleich einen Pin. Du hast gleich einen Pin gemacht. Alter, jetzt reich doch mal. Das ist doch spisslich. Ein fettes Schuss. Das gibt's ja gar nicht. Das ist doch ein Fakling, ne? Boah, Signature. Oh, ich hab keine mehr. Nein, ihr Schicke. Oh, jetzt soll er sich raus. Aber ich hab gut gekontert heute. Jetzt hab ich's grad wieder drauf. Den Konter-Modo. Trotzdem bist du jetzt ausgepowert. Du hast jetzt dich voll rausgehabt, alter. Ja, ich hab mich richtig verpowert. Aber ist gar kein Problem. Und da steht einer früher auf. Ist doch blöd. Das ist ein Energieverbrauch. Also in den Momenten, wo keine Finisher am Spiel sind, mach ich das auch nicht. Dann lass ich mich schön hoch. Boah, kriegt direkt hier einen... Rücken hier zum Krieg ab hier. Ey, du spinnst doch mal. Du spinnst doch mal. Er nervt mich. Halt die Fresse. Oh. Er geht jetzt wieder los hier. Er nervt schon. Er wirft mich einfach 300 Kilometer weit weg. Ist gar kein Problem. Mein Signature, du Sack. Oh, voll in die Fresse. Ich hab's noch gesehen. Du warst noch am Leuchten. Was? Aua, was war das? Er macht hier einen Power, Mookie, Mookie, man. Komm, steh auf. Ach, nö, was macht er denn? Aua. Boah. Schönes Ding. Schönes Ding. Ich hab nur drauf gewartet, Alter. Hier bin ich. Schön. Alter, was? Nein, zu spät. Boah. Komm, komm, komm. Nein, ernst. Wie, Boah, Boik. Was ist das für eine Scheiße? Das nennt sich Ringsein im Weg. Ja, ich weiß, ja, normales. Ist ja gut. Uuah. Wie so ein Tier. Warte, Godzilla, lass uns jetzt noch zermürgen. Ach, nö, Alter, der Mookie ist so assi. Das war bei 2K16, war das ganz beschissen. Hat das irgendwie jeder gehabt. Ja, jeder Angriff, jeder Move, äh, den halben Hals wegwürgen. Komm, 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 komm. Ich helf dir. Oh, oh. Wechseln wir uns ab, hä? Ach, geht aufs Obers, das selbe, der Fettsack. Warum springt der auf den denn? Nur weil du reingekommen bist, oder was? Nein, weil du die ganze Zeit, du hast ihn anvisiert gehabt. Kann doch gar nicht. Dann ist er raus. Dann ist er raus. Dann tut er automatisch mich anvisieren. Und dann, wenn er wieder reinkommt. Nee, der war da vorher schon krass. Dann musst du einmal... Das ist, wenn du neuer reinkommst, wird der automatisch anvisiert, eigentlich. Ach so, ist er neu, oder was? Halt die Fresse, wenn du ihn getraffst. Nee, das kann gar nicht sein. Ja, doch. Big Cuzzle. Drücken, drücken, drücken. Onkel kriegt gerade auf die Nuss. Ja, kann ja nichts machen. Stehen Sie mal auf, junger Mann. Und bei now, you would have expected one of these guys to take control of this match, but it really hasn't happened yet. Submission hall locked in. We may see a tap out right here. Nein! Boah. Schön reingedrückt. Mein Gott, mach doch. Ja, ich hing fest. Sollte das Tanzen sein? Meiner hing fest. Er hat sich gedacht, komm, wir hängen uns mal einfach fest. Einfach mal ne ordentliche Runde festhängen. Aua, das war mein S. Danke. Bitte. Hush. Wieder willst du rüber verliegen? Nein, da kommt der Dicke wieder. Was ist der Dicke? So dick bin ich da gar nicht. Das klingt alles vier an, ey. Na, das machst du gut. Ah, rüber! What? Hä? 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 Ich hab keine Ahnung, aber ich fand's supergeil. Ich fand's echt klasse. Das war auf jeden Fall eine romantische Art und Weise mal zu feilen. Feige Ei. Komm nur. Hehehehe. Zu spät. Die ist doch nicht so. Hey, das ist so. Hm. I like a move it. Ja, zu spät. Ich geh kotzen. Pff, was soll ich dir sagen? Er klingelt an der Tür irgendwo. Was? Ja, ich komm gar nicht. In die Uhrzeit? Oh, jetzt krieg ich's wieder von beiden Seiten, ihr Lümmel, ihr. Oh, Big Boot. Big Boot des Todes. Big Boot des Todes. Kamer raus. Uuuuund... Kaboom! Und los! Oh, nein! Wrong Break! So geil. King Kong, ich komm zurück! Tja, wer Schelle-Männchen macht, muss warten. Oh, die hören halt nicht auf, oder was? Nö, die Schörer chillen immer noch. Boah, heiler, die sich umgeklappt hat. Das ist mir richtig. Was soll denn das? Hallo! Steh doch mal auf jetzt! Mann! Halbe Stunde ist der benebel, ey. Visier's jetzt mal den anderen an! Ey, das gibt's gar nicht. Welche Taste drückst du denn zum anderen an, Visian? Na da, den feindlich. Achso, hat bei dir geklingelt. Ah, ich, ich hau den. Wollen wir jetzt warten, oder kämpfen wir weiter? Ne, wir können ja schlecht warten, ne? Ja. Uuuuuh! Aua! Hab ich dir das erlaubt? Ja. Achso. Usch! Ach, ist das blöd, was Crazy jetzt da rumrennt. Hm, naja. Schelle Männchen, lelelelele. Hätte ich jetzt gehabt, da bin ich nicht. Ich weiß. Geh ich von aus. Oh Gott. Meiner macht hier Luft-Akrobatik. Ich komme wieder! Oh! Ich raste aus! Ach, jetzt springt er auch noch hier drauf. Oh Gott. Oh, Schau! Aber ich bin selber mitgehoher. Ich glaub das nicht. Ich glaub es nicht. Oh, ich hab's doch geschafft. Jo, jo. Ja, wir müssen jetzt leider... Ein bisschen rumfummeln, weil ich... Ne, pinnen ist ja... Hm. Ja, kann immer mal passieren. WeLive ist nun mal da, ne? Auch bei uns. Ich wäre nicht an die Tür gegangen. Was? Ich wäre jetzt nicht an die Tür gegangen. So. Ich dachte erst, es hat bei dir geklingelt. Deswegen war ich so verwirrt. Deswegen war ich so verwirrt. Oh, shit. Ich geh in die Luft. Da ist es schön. In der Luft. Da ist es schön. Ja. Oh, der Finishing Move. Oh, der Finishing Move. Nein. Oh, mein. Hi. Alles gut? Okay, ich hätte... Ja, soweit schon. Ich hab schon gerade zu Gewerbung gesagt. Ich hätte nicht ausgemacht. Ja, ich muss. War wichtig. Die Uhrzeit ist was wichtig. Das war auf jeden Fall megawichtig, Alter. Ach, cool. Wir waren nur. Ich was, ey. Du hängst an der Ecke wie so'n... wie so'n Saurus da rum und machst nix. Ja, wenn ich hier Bock drauf hast, dann lass mal. Wieso? Ich fighte doch. Ich hab doch gekämpft. Ah, ja. Du, ein Quatsch. Weil du hängst in der Ecke. Ich wollte dich ja angreifen, aber ich konnte ja nicht. Ja, ja, ey. Ich stand die ganze Zeit da. Ich konne nicht. Ich ging nicht. Oh, das geht ja da hoch. Aber in der Kasse nicht, wenn ich keinen Bock habe. Nee, da springt Kletters, da hoch. Ja, du kletters ein bisschen. Da war ja absichtlich dein Rennen. Wenn rumging. Affe. Grün. Oh. Ist doch scheiße. Der kommt immer raus. Ah, ich roll mich wieder weg. Ich wollte meinen Big E's super special finish-move machen. No break. Eins. Zwei. Oh nein. Ja. Nicht. Nicht. Bam. Freunde, bam. Minis drehe ich. Ja, war auf jeden Fall ein gutes Gemetzel. Bitschel? Gebetschel. Mit Unterbrechung. Aber wenn wichtig ist, muss man rangehen. Der Rest ist raus, Big E. All mein kleines Stempel drauf. Nie wieder Big E. Okay, mein Lieber, der Crazy war dran. Ach so, ja. Dann hat Onkel mal wieder gewonnen. Wir haben verloren. Und mit dem ich morgen weitergehe. Wir werden sehen. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao.